Eine regelmäßige Holznutzung sorgt nicht nur für gesunde und stabile Wälder, sondern auch für jährliche Erträge. Es stellt sich jedoch die Frage, wie viel Holz kann ich nutzen und welche Pflegemaßnahmen braucht mein Wald? Antworten darauf liefert ein einfacher Nutzungsplan oder ein Waldwirtschaftsplan. Bei Erhebungen vor Ort werden Baumarten, Bestandesalter und Holzvorrat erfasst. Die Daten werden ausgewertet und in Form von Tabellen und Grafiken dargestellt. Die Ergebnisse geben einen Überblick über Baumartenanteile, Verteilung der Altersklassen, Holzmasse und Zuwachs. Auch der nachhaltige Hiebsatz wird ermittelt. Auf der Bestandeskarte werden die Altersklassen dargestellt und geben einen Überblick über die Verteilung der Waldflächen. Eine eigene Maßnahmen- und Richtigkeitskarte zeigt, wo, wann und welche Waldarbeiten durchzuführen sind. Nutzungsplan oder Waldwirtschaftsplan zeigen das Ertragspotenzial des Waldes und sind die Grundlage für die nachhaltige Waldbewirtschaftung. Die Forstberater der Landwirtschaftskammer Kärnten beraten und unterstützen Sie gerne bei der Planung.